So, Herr Goldmann hat, wie heißt das Ding, einen Pappkarton gefunden. Das ist mein Bett. Ja. Meine Unterlage. Wir kriechen hier in diesen Zaun rein. Genau, hier ist ein Zaunenloch. Und hier hinterher werden wir uns einen Schlafplatz suchen gehen. Das wird nicht so richtig geil sein. So, wir haben jetzt hier einen vernünftigen Schlafplatz gefunden. Hier, wo dieser Graslandschaft ist. Und hoffentlich regnet es heute Nacht nicht. Boah, ich habe gerade keinen Bock, wie heißt das Ding, den Müllsack hier aufzumachen und den über uns rüberzulegen. Äh, genau. Und das hier, das ist Aussicht. Das ist da hinten Stadt und da unten ist Mittelmeer. Genau. So, das ist unser Bett. Du kannst das auseinanderreißen, damit wir zwei Hälften haben. Das ist ein richtig geiler Pappkarton zum draufschlafen. Damit ich hier meine Mülltüte nicht aufreißen muss. Und das ist damit, glaube ich, bequemer. Damit kann man bestimmt besser schlafen drauf. Das ist unsere Isematte. Ich habe vorhin noch gesagt, ich werde einen Karton finden. Hier ist er. Der ist sogar trocken. Das ist richtig gut. Das ist richtig geil. Es ist perfekt zu machen, YouTube.